Es hat ein großes Kabinett hier. So, natürlich müssen wir nach da, ist klar. Genau. Kann man damit runterfahren? Ja. Ach so. Ach Gott. Gedrückt halten. Müsst du sogar zu zweit gehen, glaube ich. Oh. Kräne in dem Compound da. Ja. Ich bin hier. Ja, ja, wir kommen mal gemütlich zum Ausflug. Da habe ich einen Spieler gesehen, da hinten drüben, an der Treppe. Okay. Keine Ahnung, ob da noch mehr sind. Nee. Gott, mir ist das immer noch so krank. Hier rennen welche. Alles gut. Stehen geblieben. Das ist belastend. Ah, da vorne ist wahrscheinlich der Boss. Wo ist der jetzt hin? Das weiß ich nicht. Okay. Neura ist auch noch nicht aufgetaucht, ja? Ach doch, da ist ein Pferd. Wir suchen aber doch Hunter und keine Pferde. Wir finden ja auch welche, obwohl wir die nicht suchen. Hab hier Steps? Ja. Ja, da oben. Ja, haben ihn gesehen. Hab ihn. Sehr schön. Kannst du nochmal pingen? Da, an dem Stein. Hat er auf jeden Fall schwarze Kutte. Ja, ja. Ist das auch der, den ihr gesehen habt? Ich glaube nicht, nee. Ich hatte gar keinen gesehen. Okay. Da kommt ein Käfer. Fliegt über euch. Find ich nicht gut. So, dann lauf ich doch mal weg. Ja, genau. Alter, der war so weit über mir, als ob der mich trifft. Die Sache ist jetzt am besten... Oh! Oh. Von da und von der Dingens da oben. Ja. In der Marine, sag ich mal. Nimmst du den Ping bitte weg? Danke. Boah. Komm mal noch einmal davor. Ich laufe. Boah. Oh, scheiße. Das tut weh. Na, kommt dann. Oh, hier ist keine Deckung. Oh, hier ist Deckung. Oh, 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 oh. Du treffst mich nicht. Du treffst mich nicht. Obwohl, ich heile mich von alleine. So. Das Dingenspar ich mir. Oh, da steht ein rotes Fass. Da sollte ich aufpassen. Da ist ein... Ah, fuck. Einer gestorben, glaube ich. Ah, ich bin down. Da oben an dem Baum. Miss Springfield Crack. Hab ihn. Einer down, sehr schön. Und der andere ist ein bisschen weiter runtergerannt von da aus. Müsste irgendwo da sein. Ich würde mal versuchen, Chrissy zu holen. Oh, shit. Oder auch nicht. Pass auf, da kam ein Schuss. Auch wieder oben von der Ruine, glaube ich. Ja, irgendwo dazwischen. Den sehe ich leider nicht. Der sitzt hinter den Bäumen. Ja, komm. Okay, ich muss hier erstmal weg. Hm, hier durchs Holz kann ich bestimmt nicht schießen nach da hinten hin. Was ist der denn? Oh, was? Alter, wo kam der denn? Von rechts irgendwo. 52 Meter miteinander. Ganz genau. Ist der hier? Wo du bist? Oder auf Überwasser? Nee, rechts irgendwo. Nicht da oben. Der kam irgendwo rechts aus dem Gebüsch da, sowas. 52 Meter von mir entfernt. Jetzt irgendwo rechts von dir. Da oben. Käfer? Ja. Mhm. Ja, das ist er da wahrscheinlich. Komm zurück. Ping mich mal. Dann kommt er da um die Ecke gekrochen und dann... Ach Gott. Ich weiß. Entschuldigung. Ich bin der Baum. Du findest mich nicht. Geh weg, blöder Käfer. Ich glaube, er macht die Hand auf dich. Boah, der Käfer ist so ekelhaft, ey. Lootest? Gut, ich kriege euch da jetzt wirklich schlecht weg. Meine Güte. Oh, links ist besser. Ach, hier woher herkommt. Du bist nicht geheilt? Ich weiß. Achso, okay. Der schießt noch manchmal, wenn ich zu schnell wechsle. Gibt's da nicht. Aber er ist stehen geblieben. Sehr gut. Irgendwann beim Fahrstuhl, würde ich bald sagen, wa? Irgendwo hier. Wahrscheinlich ist er ein Mayton. Den würde ich nicht wiederholen, so wie der geschossen hat. Hey. Nein, da bist du wesentlich besser. Der hat ja nur geguckt. Nicht mal gezielt. Würdest du jetzt da bleiben? Anscheinend. Kommt der Nächste. Käfer? Ja, ich hör's. Irgendwie, der. Käfer-Scheiße, ey. Jawohl. Tschüss. Schön. Gute Nacht. Hoffe, dass die das jetzt waren, ne? Hoffen, was? Höh? Da war einer im Wasser gerade. Jawohl. So, jetzt ist aber Ruhe hier. Reicht's aber, oder? Drei Schuss hab ich drin. Die Bauti, die ist noch im Compound. Aber, ähm, Pferdeviren oben. Hier. Oh gut. Dankeschön. Da kommen die Nächsten wegen der Schießerei. Geh mich erstmal heilen. Oh, der hat eine Krack. Die muss ich mitnehmen. Ach, die ist leer. Deswegen konnte er noch nicht mehr schießen. Oh, da ist auch noch ein Pferd. Was ist denn hier los? Okay, shit. Mir fehlen zwei kleine Knutzen, ey. Das ist belastend. Was ist denn der Sumpfige? Ach, da. Ne Romero. Oh Gott, ey. Oh, Entschuldigung. Oh, der wurde schon zweimal gemütet. Ich hab, ich hoffe, der hat eine Vitali oder so. Ich brauch unbedingt einen Money. Och, nee, der hat das rostige Schiff dabei. Der hat eine Sparks. Ich muss erstmal zu euch hochkommen. Geskinnte. Uh. Schicke Waffe. Ach, der hat ja Brandmoni. Oh, der Brandmoni. Schön. Der war das. Zwei komplett unterschiedliche Ansichten. Oh, kann ich auch nicht mehr looten. So. Heilung hab ich. Bounty ist immer noch im Compound, sagst du? Äh, ja. Okay. Ich hab Glück gehabt, dass die alle irgendwie Money-Probleme hatten. Und die Vitali lege ich nie wieder weg. Mein Baby. Ja. Oh, das ist sehr hoch. Das Ding da oben ist auch so ekelhaft zum Kämpfen. Das mag ich nicht gerne. Das sieht auch aus, als wenn die irgendwie... Also, dass die sind noch ein Stückchen von uns, äh... Ja. Was ist ja auf der anderen Seite, oder? Oh, ich guck mal, dass ich... In dem anderen Flügel da... Ich guck mal, dass ich irgendwie hier zu der Seite komme. Oh. Ich glaube, ich hab da gerade an einem Turm gesehen. Oh, oh, oh. Der wieder nach unten gegangen ist. An dem kaputten Turm die Treppe runter. Ja, ich guck. Das müsste ja dann noch ein Team sein. Krähen? Ich hör sie auch. Krähen aus Norden. Oder so 3,45... 3,30 die Richtung. Also, wenn du die siehst, die fliegen ja immer in die Richtung, wo die Jäger laufen darf. Oh, rechts von uns ist die Bounty. Ja. Es sind 3, sind auch 3. Ich hab sie nicht treffen können. Drei Kapuzen. Einen hab ich. Sehr schön. Oh, einer mit dem Bogen. Oh, oh shit. Find ich gar nicht gut, jetzt hier im Wasser. Nope. Die in ungefähre Richtung für mich. Ich hab die aus den Augen verstanden. Ja, in die Richtung, wo du guckst. Okay. Oh, scheiße. Einer ist an der Straße gleich. Auch so ein Reptil. Okay. Das... Wird ihr beide downed? Nein, nein, nein. Ich muss mich nur heilen. Oh, noch ein Team greift an. Ich rette Schulle. Oh mein Gott. Okay. Wir sind beschäftigt. Okay, einer ist down. Scheiße. Ich muss nachladen. Moment, wo muss ich hin? Da. Da, ja. Oh, ho, ho. Moment, einmal kurz heilen. Okay, ich habe noch 75 HP. Die laufen hier runter. Und ich hab noch einen Schuss. Ich, ähm... Ich bin am Arsch. Wo ist denn der Muni-Wagen? Ach, scheiße. Wir waren gerade... Hm. Na gut. Ich gehe jetzt mit der PAX-Kon... ein bisschen rechts von uns. Guck mal. Ich habe jetzt keinen mehr gesehen da. Hm, die sind da oben lang geschlichen und dann rechts leicht rüber. Aber ich brauche unbedingt eine Waffe. Von einem von denen. Ah, den Bogen will ich nicht. Mhm. Hauen die nach oben. Die rauen die ab. Das sind da die Krähen hochgegangen. Ich glaube, die rauen ab. Fünf. Okay. Okay. Ja, die werden flüchten. Die sind hier hochgelaufen und hauen jetzt ab. Oh. Oder auch nicht. Da wird auf mich geschossen. Na, ich glaube, der ist vorbeigeflogen. Ziemlich genau Richtung 80, so. Ja. Ich bin im Fenster. Hier. Genau da. Okay, das ist ein Brunch. Oh, scheiße. Hat mich. Ach, scheiße. Vorsicht, fass. Oh. Okay, ich kann nirgendwo mehr hin hier. Ach, schade. Ich dachte, hier auf dem Scheißhaus liegt... Hier liegt Heilung. Mach's dir bequem. Ach, Heilung brauchst du? Ähm, ja, okay. Ja, ja, nee, nee, nee. Ich hab noch. Ich hab noch alles gut. Nur, eigentlich liegt auf dem Scheißhaus immer Heilung. Ich renne da jetzt hoch in der Hoffnung, Moni zu kriegen und nicht zu sterben. Okay. Das ist keine gute Idee. Er wurde ge... Du? Ja. Drei Patronen. Yay, Mann. Ich seh hier keinen Shit. Das ist ein bisschen weiter links von uns, so Richtung 45. Ja, ich denke mal, die werden gleichzeitig auch ein bisschen flüchten. Uh, der ging an mir vorbei. Hast du einen Ping? Nee, leider nicht. Das ist nicht genau Richtung 30 von den Schüsse her. Ja. Ich mach mal die Tür auf, Vorsicht. Ah, ja, ja. Zwischen 30 und 15. Ach, scheiße, du dreckiger Zombie, ey. Da an dem Baum einer. Ja, warte, ich muss mich heilen, ey. Einer ist noch weiter nach hinten gelaufen. Ja. Ja, wir müssen am besten mal da hoch. Also, ich muss mir Moni holen. Dü, dü, dü. Die werden wahrscheinlich abhauen. Da. Okay. Ich guck mal kurz auf ein Map. Ja, die sind immer noch in der Nähe. Nee, die sind hier. In der Nähe. Die sind wieder im Compound. Ich bin auch mal hier unten. Nee, die sind hier im Compound. Ach so. Die sind über mir. Jo, die sind doppelkloppt. Tränen hinten. Guck nochmal auf ein Map. Ja, die sind im Norden. Ich hab einen auf der Blech leider gehört. So, mal kurz ins Sniper-Tunnel, äh, Sniper-Tunnel, Sniper-Tour, um hier erschossen zu werden. Hier ist auch Moni, wenn du brauchst. Ich, ähm, oh ja, oh ja. Wenn ihr Special-Ammo seht, gerne Bescheid sagen. Ich hab falsch... Oh, die hauen ab nach Norden. Scheiße. Ja, dann hinterher. Jawoll. Äh, ist schon mal jemand... Keiner darf entkommen. Echt? Die können doch auch nicht mehr so viel haben. Nee, wahrscheinlich genau deswegen. Ja, und da ist ein Lootwagen. Die laufen zum Lootwagen. Hm. Bei Moses sind die schon... Die sind schon am Lootwagen. Oh, Hunde. Nein! Hast du? Okay. Ja. Ja, ja, das ist zwar sehr spannend. Oh, krieg ich hier einen Käfer? Oh, shit. Moment, meine Verbindung. Macht gerade wieder komische Sachen. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Das ist ja doof. Dann werfe ich mal hier eine... Äh, Dingenskirchen. Special Money. Ja, sehr gut. So, ich hätte jetzt einen Käfer. Ich hätte gerne... Die sind in Moses. Nee, zieht weiter durch. Das dahinter... Das dahinter ist der Chaos. Keine Sorge. Okay. So, Moment. Einmal... Nee, hä? Ach, ich bin schon im Schmugglerpakt verpflichtet. Ah. Da sind die Trä... Ach, da. Äh... Ich weiß gar nicht, was die machen, die Dinger. Okay. Ah, und Sterblichkeit kann ich nicht. Dafür brauch ich drei Schatten. Jo, die ziehen durch. Das war's. Ja, okay. Ende Gelände hier. Schade. Ja, die sind schon. Die sind jetzt gleich am Ausgang. Oh, nee. Hier geht es so tief runter. Da sterbe ich, wenn ich falle. Ist jetzt die Frage... Roger? Roger werden wir hier nicht haben. Ich glaube nicht. Ja, dann lasst uns auch gehen, oder? Ach, da. Yay. Sehr schön. Ey, das muss ich doch rausbringen. Zu spät. Oh, wieder gelöscht. Gibt's auch gar nicht. Das ist... Der Hammer, ey. Okay, so viele Punkte waren's bei mir gar nicht. Diesmal hatte ich keinen Kill. Okay. Oh, wieder gelöscht. Oh, wieder gelöscht. Oh, wieder gelöscht. Oh, wieder gelöscht. Vielen Dank.